Die Exegeten, also die Fachleute der Bibelwissenschaft, sagen uns, die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass kurze, in der Bibel überlieferte Sätze mit direkter Rede tatsächlich so gesprochen und wortgetreu in der Heiligen Schrift überliefert wurden. Ein solcher Satz findet sich im Evangelium dieses ersten Fastensonntags. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Formulierung, die Zeit ist erfüllt, haben wir eben erst zu Weihnachten gehört. Denn zu dem Zeitpunkt, den Gott aus uns unbekannten Gründen für den geeignetsten hielt, kam Jesus in Bethlehem zur Welt. Jetzt, so Jesus beim Evangelisten Markus, ist der richtige Zeitpunkt für den Anbruch des Reiches Gottes. Und darum die Aufforderung, Jesu kehrt um und glaubt an das Evangelium. Im Griechischen steht an dieser Stelle Metanoete. Und das, so hat mir mein Professor für Neues Testament eingebläut, sollte nicht einfach mit kehrt um wiedergegeben werden, sondern differenzierte, ausgedeutet und verstanden werden. Denn Metanoete beinhaltet im Grunde genommen einen Dreischritt. Erstens, denkt um. Wie oft stehen wir Menschen an, weil wir spüren, dass wir mit unserer bisherigen Denke und mit unserem bisherigen Handeln heute nicht mehr recht vorankommen. Und so sind wir gezwungen, umzudenken. Sie kennen wohl auch das Bonmot, warum ist der Kopf rund? Damit das Denken auch einmal seine Richtung ändern kann. Und genau das ist es. Die Richtung ändern, die Schnelllebigkeit unserer Zeit und die mit ihr einhergehenden neuen Herausforderungen, die erzwingen das geradezu. Das gilt übrigens auch für die Kirche. Nur jammern, dass heute so alles anders sei als früher, nur jammern, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher und Gläubigen immer weniger wird, bringt noch keinen einzigen Menschen neu zum Glauben und zu Gott. Nehmen wir also die Realitäten wahr und stillen wir uns den Herausforderungen, denken wir um. Zweitens, denken wir anders als bisher. Scheuen wir uns nicht, neue Denk- und Handlungswege zu beschreiten. Wenn die alten Pfade ausgelatscht sind, muss man neue Spuren ziehen. Und dabei, so dürfen wir ganz sicher sein, wird uns Gottes Heiliger Geist begleiten. Und das bedeutet, drittens, und jetzt wird es ganz konkret, handeln wir anders als bisher. Wenn ich sehe, dass ich im falschen Zug sitze, wäre es doch töricht zu sagen, ja, aber der Zug ist doch so schön, das Personal so nett und hier drinnen ist es so kuschelig warm. Nein, ich muss bremsen. Unter Umständen muss ich die Notbremse ziehen und umsteigen. Das kostet Energie, das ist mit Kraftaufwand verbunden, aber es lohnt sich, wie wir bei der Klimakrise sehen. Wir haben soeben die Fastenzeit begonnen. Wäre das nicht ein Motto für die heiligen 40 Tage, dieser Dreischritt aus Metanoete? Erstens, wo soll und muss ich umdenken? Zweitens, wo gilt es künftig ganz anders zu denken als bisher? Und drittens, wo sollte ich dringend mein Handeln ändern? Das ist nicht nur ein gutes Programm zur Lösung großer Menschheitsprobleme, es ist auch ein wunderbares geistliches Programm für die Fastenzeit, ganz egal, wie kirchennah oder wie kirchenfern ich auch sein mag. Ich denke um, ich denke anders und ich handle anders als bisher. Ich tue, was Jesus mit dem Wort sagt, Metanoete.